Ach, da ist ja sogar markiert, der Vogel. Ja, super. Ich habe deine Güven versagaraucht, die erestaute. Ich bin bereit. So, wo haben wir denn? Links oben und wo? Tatsache, geradezu, okay. Los, entdeck'ung! Freak'a! Freak'a! Leck mich! Passend nicht, dass ich hier einen aufhebe, wo noch eine Alarmanlage aktiv ist. Haben wir hier ordentlich Party. Ja, dann genau dahin, wo, darum, wo ich hin will. Okay, Red, wo zum Teufel steckst du? Krabbler. Oh, ja, sie töten Krabbler. Knapp. Ja, wo ist er? Ja, ist das oder was? Ja, wo ist er? Na, wo ist er? Werener? Ja, wo ist er? Kann ja nur das sein oder? Ist kein Red Riley, will der mich verarschen? Okay, was ist das? Okay, ja, ja, Zigarettenstumme, ja. Das ist klar darauf, muss man erstmal kommen. Das war der Letzte. Aufpassen, dass ich mir nicht aus Versehen auch einen Freaker einhandle. So eine Kugelfange. Da sind Männer! Jetzt gesehen? Nein, ich glaub, der hat mich nicht gesehen. Ähm. Hat er den noch ab da? Ja, gar nicht. Was macht der denn da, der Volltrottel? Ah, das ist Tabaksaft. Red Riley, du bist ein ekelhafter Typ. Das braucht ein Ende. Mehr Stiefelabdrücke, hier dann. Die Stiefelabdrücke, die Stiefelabdrücke. Die Stiefelabdrücke, die Stiefelabdrücke und die Stiefelabdrücke. Ja richtig, weil ich auch immer da einen krassen Spots gehen muss, wo jeder hingucken kann. Na endlich, was habt ihr jetzt alle? Wer war das? Was zum Scheifel? Er war hier! Was ist da drin? Wo ist er? Wer sucht ihr denn, Leute? Wer war das? Was war das? Was war das? Ich muss nachladen! Okay, hab ich jetzt gesehen oder nicht? Okay, ich glaub jetzt haben sie mich gesehen. Was zum... Was zum... Ich muss weg! Mein Gott, seid ihr doof oder was? Rein mit dem Kopfschuss. Kann man schon mal... umkippen und... Äh... Keine... Schmerzen haben vielleicht? Was war das? Das war's für sie! Habe ich dich! Habe ich dich! Alles klar! Der versteckt sich im Gebüsch! Kommt der nächste von irgendwo angelatscht? Kommt der nächste von irgendwo angelatscht? Könnt ihr mich jetzt völlig verarschen? Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Holzkäste! Der Typ ist schon ein bisschen räulig, ne? Der Typ ist schon ein bisschen räulig, ne? Hier kann man rauchen! Der Typ ist schon ein bisschen räulig, ne? Wie kann man rauchen? Wer war das? Ich hab mir alles bestellt! Alles klar! Scheiße! Was ist denn? War vielleicht etwas laut? Was? Oh, gut. Urin. Scheiße. Ja, wenn man muss, dann muss man. Hinkelt man einfach mal nicht ins Klo, sondern einfach daneben. Da steht ein Typ. Scheiße, er ist tot. Was zum Henker? Eindruckend, weil die Leiche nicht da liegt. Nervt mich. Nervt mich alle unwahrscheinlich, muss ich mal sagen. Mann, der ist ja durch die Wand gepackt. Äh, bevor der mich auch noch sieht. Ah, mehr Spuck. Oh, aufpassen. Hier unten waren ja auch noch irgendwelche. Mitgeschnitten gerade. Das ist so ein bisschen Schleichpassage hier. Ja, wenigstens die Vordertür ist offen. Weil zum Teufel hast du dich versteckt, Red. Er muss hier irgendwo sein. Wer war das? Ist da draußen jemand? Haft. Alles klar. nein 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 jetzt hat sich erwischt dann haben wir kurz mal klären das gespräch das ist sehr gut Scheiße, er ist tot, bist du Teufel? Was zum? Schweicht jemand her rum? fang auf haut da raus springen sich selber in die luft und jetzt noch ich auch gar nicht ein of silent night machen müssen jetzt hier alle angerannt kommen mal kurz gucken ich dachte meine dingens wären voll er macht die tür auf und ist weg ich bin der erste vielen dank für dein follow und willkommen in der community hallo ich suche die hütten die hütten mehrzahl da kommt freude auf irgendwann kommen wir nicht klar mit dem ich habe schon eine mausentastatur aber trotzdem gaming ist nicht so geil ihr sollt alle hütten durchsuchen das soll ich doch wohl verarschen vielleicht in einer dieser hütten der ist das Hab ich ihn jetzt gewonnen, ich weiß es nicht genau. Ja, das war er, der Mensch. Jetzt die Waffe getauscht. Irgendeine Waffe gewechselt? Nee, okay. Gut. Solide abgeklärt das Ganze, behaupten. Kann die Bikes ja leider nicht mitnehmen. So, Moment, ich krieg ja Schrott da durch. Ja, war schön blöd. War schön blöd, wenn wir das nicht nutzen, wollte ich gerade sagen. So, jetzt müssen wir zurück, ne? Ja, mal zurück. Ja. Ja. Oh, Baum. Wieder irgendwie ein Fragezeichen. Hallo? Wie viele Drifter habt ihr heute schon gekillt, hm? Ja, das denke ich mir, wenn ich euch sehe. Ah, ist also ne Falle. Kommt einfach mal ein Wolf von hinten. Ey, da ist doch mehr Auswahl, warum musst du mich angreifen? Was ist denn lautlos? Verdammt! Verdammt! Erwischt! Einer ist erledigt! Ist das schon alles? Komm, Junge, ich helfe dir. Ähm. So ein Gegner, Junge? Sieht eher aus wie ein Gefangener. Das hat doch schon mal so gebackt. Er rennt da aber so rum, als hätte er eine Knarre in der Hand. Brauche ich. Bist du einer von den guten? Oder eher nicht so? Ist das ein Gegner? Ich kann ihn nicht angreifen. Ja, ne? Äh. War wieder mal umsonst die ganze Schose. War, glaub ich, wirklich ein Zivilist, aber ich hab keine Befehle vom. Gut, aber. Was will ich machen? Wenn der rumbackt, bin ich ungeil. Moin. Der war schon ein Haupttor. Einfach durch die Hintertür fahren kann. Einfach durch die Hintertür fahren kann. Wir sehen uns dann, Ricky. Wuuu. Neuer Fertigkeitenpunkt. Wow. Wuuu. Ähm. Jetzt hab ich den konzentrierten Schuss reingeskillt. Einfach. Wuuu. 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 Wuuu.